so guten morgen zusammen hier ist jetzt ein neuer tag ein neuer shop denkt dran wenn ihr mich supporten wollt gerne meinen creator code eintragen yt-family vergesst auch nicht bitte nicht im video ein like dazu lassen wenn ihr bockt habt noch mehr support dazu lassen gerne meine playlist laufen lassen mit allen emotes guckt einfach mal durch was euch so gefallen hat fast alles schon mal so raus kam in letzter zeit und hat man nicht gesehen ich würde sagen wir gehen noch direkt rein in den shops und machen groß werbung für den crazy aber wir haben ein item drin was wieder fast 900 900 jetzt muss man selber gucken 802 tage nicht im shop war ist auch nie mode da werden wieder einige nicht so gut gelaunt sein wenn das wenn sie sehen aber ich würde sagen wir gehen erstmal schnell durch einmal natürlich macht die crazy dann enjoy haben wir wieder drin auch mit dem mode so für 1200 kannst du eigentlich nichts sagen dann haben wir die tarnung der totenschütze ist wieder drin die nice sense ist auch wieder drin mit der passenden tarnung dann mr hotdog wieder zurück könnte ich mir eigentlich schon holen das krieg ich schon dafür rücken dass es war und den hotdog grüße gehen raus an luca dann das neue basquiat paket ebenfalls immer noch drin plopper zurück boxenstopp hatten dann am bankra buggy das ist nämlich das emote was sehr sehr selten ist wie gesagt 802 tage war es nicht drin dann copyright sehr gut großvater dann schere steinpapier dann der session street natürlich das ganze paket noch drin dann haben wir wieder diese lackierung outfits wo du selber alles einstellen kannst aber ich denke man ist eigentlich bekannt genauso halt was auch die pickaxe und alles betrifft dann sehr viele lackierungen ich kann mal gerade gucken aber genau das paket war anscheinend vor 39 tagen auch schon drin also hier ist nichts besonderes dabei außer jahr fällt irgendwas noch nicht aber so an sich nichts besonderes dabei dann die pakete da hat sich auch nichts getan damit würde sagen bin ich auch schon wieder raus euch auf jeden fall noch viel spaß beim leveln und haut rein